Ach und Noah, nicht wegrennen und sofort eine Palette umschmeißen, schmeißt... Alles klar. Okay. Äh, Noah, jetzt brauchen wir dich umso mehr. Es ist Trickstar. Der Typ schmeißt Messer. Hast, kriegst du zu viel ab, liegst du. Ähm. Mach es so. Wenn der Killer dir hinterherläuft, schmeiß Paletten runter. Vorsicht, ich bring den Killer mit. Ich bring den Killer mit. Oh, scheiße. Hellen, das wusste ich nicht, dass er das mit hat. Aber jetzt weißt du es. Also, der Killer hat einen Perk mit. Wenn du durchs Fenster springst, ist es für... Ich weiß gar nicht, zwölf Sekunden... Für wie viele Sekunden ist es blockiert? Äh, für zwölf Sekunden ungefähr. Wahrscheinlich sogar weniger. Ja, weil der das noch nicht komplett hoch hat. Aber der hat den Season Pass schon voll. Okay. Es tut mir leid, Helen. Äh, Noah, du musst Jens machen, bitte. Noah. Ich bin so, ich bin so. Ich bin so, ich bin so. Ja. Ja. Helen, schnapp dir mal das Med-Kit Schnapp dir das Med-Kit und hau ab Okay, dann nicht Ich hab das Med-Kit nicht umsonst dort hingelegt Helen, komm doch einfach rein hier, Mann Helen, bitte Ich glaub einer hat sich verabschiedet, möchte gleich jemand anderes mitspielen Die Runde ist sie verloren Die ist sowas von hinfällig So, ich fass schon mal Jen an, damit die anderen hören Wo der ein oder andere ist Hä, warum diskonnectet ihr denn? Ist das bei Daylight kaputt oder diskonnectet ihr wirklich? Da hinten ist er Ja, der ist beim Main Building Helen, das große Gebäude Ganz große Wenn der Killer kommt, versteck dich einfach Wenn du das Geräusch hörst Versteck dich einfach Weil wir sind nur noch zu zweit Und das sind vier fucking Jens, die wir machen müssen Schaffen wir nicht, aber Irgendwie, ja, keine Ahnung Also wenn du diesen Sound von ihm hörst Versteck dich Ob das Schrank wird Ah, er hat dich, scheiße Okay Noah und Adrian, was ist los mit euch? Er läuft mir hinterher Heile dich Helen, heile dich Heile dich Lass sie dran Lass sie ruhig Zeit Wie gesagt Heile dich schön Jetzt hat er seinen Baseball-Stinger draußen Sehr schön, du hast dich geheilt Ähm, mach so lange Jens Mach so lange Jens Ich versuche hier irgendwie, keine Ahnung Den Killer irgendwie Er läuft irgendwo zu einem Jens Er läuft irgendwo zu einem Jens Ganz hinten Richtung Mitte Oder kleines Gebäude Adrian hat das Internet gezogen Und Du hast keinen Bock mehr Aber 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 Ihr hättet wenigstens Drinbleiben können Weil Ihr macht uns jetzt Gerade die Runde Echt schwierig Also Ihr hättet wenigstens Nach der Runde Hättet ihr Rausgehen können Aber So ist es ja Scheiße Das war nicht nett Oh 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 das fenster müsste bei der nächsten runde aufgehen das problem ist aber jetzt in der nächsten runde ist es schneller aber das könnte mir jetzt vielleicht den arsch gerettet haben dass er umgedreht ist jetzt dreht er noch mal um perfekt ich kann dich leider nicht retten ich kann dich noch retten lauf mal ein kleines gebäude geradeaus einfach hier dort hinten lang hier da da hinten hin und heile dich komm das schaffen wir geh lieber geh lieber der der sucht dich sonst geh lieber nicht mehr rennen der kommt zu dir der kommt zu dir der kommt zu dir der kommt zu dir er hat deine striche gesehen ich habe keinen hit mehr abkriegen Was bin ich? Half-Life? Wo ist das? Ich finde den Killer geil. Ich finde den Killer geil. Boah, ich weiß nicht Oh, scheiße Doch, das schaffen wir doch Sehr schön, Helen Sehr schön Sehr schön gemacht Es fehlen noch drei Es fehlen noch drei Warte mal, ich habe einen in der Mitte Den habe ich fast fertig Den habe ich fast fertig Nope 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 Welt abgelassen, sehr schön Mach einfach weiter Also wie gesagt, der ist hier die ganze Zeit bei diesem komischen Baum beschäftigt Er läuft zu dir auf, glaube ich Versteck dich, versteck dich, versteck dich Ohne zu rennen, ohne zu rennen Versteck dich Ich als Killer hätte mal wirklich so viel Zeit Meine Fresse, ey Helen, du solltest dich doch verstecken Jetzt hat er dich ja schon wieder Ach man Es lief so gut Du bist dead on hook Das ist das Problem Wenn er dich jetzt hat War es das Guck mal, wir hätten das Guck mal Wir schaffen Versuch, dass er von dir ablässt Los, Helen Lauf, 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 lauf Helen, lauf Lauf weiter, weiter, weiter Schmeiß Palette rum Schmeiß Palette Sehr schön Lauf, lauf Einfach weg Einfach weg Lauf Lauf Irgendwo hin Ich hoffe, ich hoffe, das reicht Ne, der will dich Scheiße Oh, der will dich, Helen Der hat Messer wieder gezogen Der hat Messer eingesammelt Wieder im Schrank Scheiße Versuch dich erstmal zu verstecken Irgendwo Oh, hallo Dich habe ich gesucht Wie gesagt Versteck dich jetzt erstmal Irgendwo Oh, scheiße Das bedeutet erblinden Jetzt hat er mich Fast Nein Ups Ich wusste gar nicht, dass das mit rein zählt Das wusste ich irgendwie gar nicht Erblinden Bedeutet auch Dass Dass ich kein Terrorradius kriege Oh, not bad There was a nice shot Nur blöd, dass Trixer so Scheiße wirft Gell Ich umrunde ihn Oh, scheiße Ich blieb am Reifen hängen Ich hoffe, ja Ah, sehr schön Palen, Palen, Palen Helen Jetzt weiß er, wo du bist Ja Das ist nicht gut Oh, scheiße Chor Oh, scheiße Oh, scheiße Ich bin Oh, scheiße Scheiße, Mann. Das ist nicht gut. Ein Messer. Dann bin ich am Arsch. Ein Messer muss ich abkriegen und der weiß es. Oh, geil. Oh, sehr schön. Endlich hat er abgelassen. Gegen einen ich sag mal, guten Killer hätte ich keine Chance. Ohne Witz. Aber das Gute ist, er spielt halt scheiße. Und das ist halt wirklich das Beste, was mir passieren kann. Der hat noch nicht so viel Spielerfahrung, so sieht man. Der hätte mich schon 80, 90 mal kriegen können. Aber die Runde dauert gerade so lang. Yo, Peter, Schott, mach's gut. Vorsicht, er geht zum Mainbuilding. Großes Gebäude. Also die Scheune. Helen. Irgendwas machst du falsch. Du wirst immer wieder gehittet. Weißt du nicht, sobald du sein Terrorradius hörst, läufst du in ihn. Du läufst wirklich hier rein. Helen stirbt jetzt. Helen stirbt jetzt. Wir schauen aufmerksam zu, Chat. Wie gesagt, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Wir sind nur zu zweit und ich versuche Phoenix noch aus der Luke zu entkommen. Das sind zwei Gents. Ich habe keine drei Minuten. viel Scheiße. Häng sie auf. Häng sie auf. Oh mein Gott. What the fuck? So. Ich gehe einfach hin und da ist sie. WTF? F. Musik